Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 27. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute wieder, glaube ich, einmal ganz ein interessantes Thema, was wir uns ausgesucht haben. Mein heutiger Studiogast hier in der Sendung, Karin Tschuck, Osteopathin. Und das Thema heute ist Eigenverantwortung und Sinn. Aber bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, wieder wie Sie es gewohnt sind, der existenzielle Steckbrief. Noch einmal bitte deinen Namen. Karin Tschuck. Geboren. 1979. Karin, wie bist du denn aufgewachsen? Ich bin in Sprogland aufgewachsen mit einem größeren Bruder. Und ja, ich würde mein Kind als sehr, sehr glücklich bezeichnen. Ich habe sehr viel in der Natur eigentlich verbracht mit meinen Eltern, generell mit der Familie. Wir waren viel draußen, haben das eigentlich alles entdecken und erleben dürfen. Es war viel Freiheit da, würde ich eigentlich heute sagen, wenn ich sehe, wie heute Kinder aufwachsen. Wir haben halt einfach in Wald und Wiese spielen dürfen, ohne viele Einschränkungen. Und das hat halt geheißen, zum Abendessen ist man da. Und ja, war eigentlich schön. Ist das auch, was du mit deiner Kindheit verbindest oder würdest du da noch etwas dazufügen? Ist diese Freiheit, wenn du sagst, so dieses, eigentlich auch noch einmal so wie das Thema, heute da ist diese Eigenverantwortung vielleicht schon ein bisschen? Nein, möglich, ja. Weil man hat gewusst, man darf die Eltern nicht enttäuschen, man muss zum Abendessen da sein. Also ich hätte es nicht in Erinnerung oder hätte es auch nie in Erzählungen gehört, dass man gesagt gekriegt hat, du bist einmal eine Stunde spät gekommen. Also natürlich ist es als Kind schon eine Eigenverantwortung zu sagen, da muss ich da sein, das ist ausgemacht. Und dann, wie ist denn weitergegangen so nach deiner Kindheit? Nach Kindheit, also nach Volksschule, Hauptschule, bin ich in Innsbruck in der Kindergartenschule weitergegangen. Habe die fünfjährige Ausbildung gemacht zur Kindergartenpädagogin. Wobei, ja, damals war nur ein Überschuss, das ist nicht so wie heute, dass sie verzweifelt Pädagoginnen suchen. Und für mich war dann relativ rasch, schon in der Schulzeit klar, dass sie mir danach einfach weiter umschauen wird. Und meine Eltern haben dann auch schon gemeinsam mit mir geschaut, für was bin ich denn geeignet? Was wäre denn möglich? Wo hat man eine Zukunftsaussicht? Ja, und dadurch bin ich eigentlich dann am ACW zur Ergotherapie gekommen. Eine dreijährige Ausbildung, die man eigentlich sehr, sehr gefallen hat. Ich habe auch einige Jahre als Ergotherapeutin gearbeitet, aber habe schon in der Ausbildung zur Ergotherapeutin durch einen Vortrag von der Osteopathin einmal Interesse und Neugierde bekommen, was denn die Osteopathie ist. Und bin dann eigentlich nach vier, fünf Jahren im Beruf der Ergotherapeutin draufgekommen. Hoppla, jetzt wird es Zeit, jetzt schaue ich mir die Osteopathie an und habe dann auch die Ausbildung gemacht, was ich bis heute nicht bereue. Und diese vier, fünf Jahre als Ergotherapeutin, wie können wir uns das vorstellen? Warst du freiberuflich, warst du angestellt? Nein, also damals war ich angestellt und ich finde, also das war damals auch gut, dass man gleich nach der Ausbildung raus, mir hat es gepasst, dass ich in einer Anstellung war, dass einfach nicht komplett die Verantwortung an mir gelegen ist. Natürlich meine therapeutische Verantwortung, ja, aber diese große Grundverantwortung war an einer großen Institution und das hat eigentlich gut für mich gepasst, um nach der Ausbildung auch noch viel dazu zu lernen. Karin, so Ende von dem existenziellen Stegbrief ist da immer so diese Frage, was machst du denn gerne? Wie würdest du das beantworten? Was machst du gerne? Also in der Freizeit bewege ich mich wahnsinnig gerne nach wie vor in der Natur, egal in welcher Ort, sei das, dass ich baufuss in den Wald gehe oder wirklich, ja, mit so einer großen Bergtour rüscht, egal ob Winter oder Sommer. Ich bin auch gerne mit Tieren unterwegs und natürlich mit Freunden oder mit Familie. Ja, also ich kann die Natur bei jeder Witterung genießen, sage ich einmal. Aber für mich gehört auch dazu, dass ich, ja, kulinarisch mich einfach gern verwöhnen lasse oder gern gut essen gehe oder selber gern was koche einmal. Was mache ich noch alles gern? Ich gehe eigentlich auch wahnsinnig gern arbeiten. Also ich habe jetzt gerade Urlaub gehabt und habe danach gesagt, so am letzten Urlaubstag, jetzt freue ich mich schon wieder auf meine Praxis. Also ohne der Arbeit würde was fehlen? Ja, weil dann wäre die freie Zeit ja nicht so wertvoll als freie Zeit. Okay. Wir haben uns davor ja schon ein bisschen geeinigt, was wir an bestimmten Stellen spielen könnten, so im Laufe der Sendung. Und du hast gesagt, du möchtest gern als erstes Lied in der Sendung, besser gesagt, müssen wir noch ein bisschen nachholen, was wir am Anfang als Eingangslied gespielt haben. Das war Flying Through the Air von Olive Onions. Und als nächstes Lied hast du ja gesagt, du möchtest gern The Sound of Silence hören. The Sound of Silence von Simon und Gefankl. Ah ja, genau. Meine Damen und Herren, Sie hören die 27. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute zum Thema Eigenverantwortung und Sinn. Karin Tschuck, Osteopathin, wie Sie davor gehört haben, ehemals Kindergärtnerin, Ergotherapeutin, ist heute bei mir im Studio. Karin, wieso jetzt nochmal dieses Lied, du hast mir jetzt ein bisschen so in der Zwischenzeit gesagt, wieso dir das so genau in Erinnerung ist, Sound of Silence? Weil in meiner Kindergärtnerin-Schulausbildungszeit war das eines der ersten Lieder, die ich mit Parégriffen gespielt habe. Und das war jetzt, glaube ich, gar nicht vom Gitarrelehrer vorgegeben, sondern das hat mir mein Bruder einmal hingelegt und gesagt, das wäre super, wenn du es spielen könntest. Und er hört es sich aber erst an, wenn ich es gut spielen kann. Und das war so eine große Motivation für mich, das zu üben. Und deswegen weiß ich es natürlich noch. Ich sehe schon, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich gefragt, ob du deine Gitarre mitnimmst. Ja, Karin, wir haben ja davor ein bisschen geredet, was das Thema der heutigen Sendung sein könnte. Und da ist neben anderen Themen so dieses Thema Eigenverantwortung daherkommen. Wieso ist dir das wichtig? Wieso ist das ein Thema, wo du sagst, da möchte ich gerne in der Sendung drüber reden? Das ist mir zum einen für mich selber wichtig, aber auch mit den Mitmenschen, mit denen ich mich gern umgebe. Aber natürlich auch als Therapeutin, als Osteopathin, wenn Leute zu mir kommen, dass die einfach wirklich in der Stunde, wo ich mit ihnen arbeite, Eigenverantwortung übernehmen. Und nicht einfach ihren Körper so bei mir abgeben wollen und dann wieder abholen. Ich denke, dann kann ich ganz wenig nur bewirken. Weil sie selber haben sich tageweise, wochenweise, bevor sie wieder zu mir kommen. Und ich kann nicht wunderwirken. Ich kann nur mit ihnen gemeinsam arbeiten, um einen Erfolg zu haben. Und das passiert wirklich so? So wie du sagst, die kommen her, so quasi, da hast du meinen Körper und mach was damit. Echt so? Es war zumindest am Anfang, wo ich einfach eine sehr unerfahrene, frische Therapeutin war, ist mir manchmal so vorkommen, dass Leute so das Gefühl gehabt haben, sie kommen jetzt her und ich werde es schon machen. Und irgendwann habe ich für mich so sagen müssen, stopp, so geht es nicht. Die Verantwortung will ich nicht übernehmen. Und wenn derjenige nicht selber was für sich tut, für seinen Körper tut, nachher kann ich ihm auch nicht großartig weiterhelfen. Und ich sehe es auch heute noch, nach wie vor wirklich täglich im Praxisalltag, wenn die Leute selber an sich arbeiten, an irgendwas verändern wollen, dann braucht es sie wirklich dazu und nicht nur mich. War das eine schwierige Entwicklung, so wie du sagst, Anfang als Neuling in diesem Gebiet, dann eher so diesen Auftrag zu übernehmen und erst so im Laufe der Zeit oder im Laufe deiner Erfahrung, dass du wirklich zu dem stehen kannst? War das schwierig? Ich würde es jetzt gar nicht als schwierig bezeichnen, sondern es war sicher ein Spiegeln und Widerspiegeln. Was sieht der Patient in mir? Was spiegelt er in mir oder was spiegle ich in ihm? Ich habe es eigentlich eine interessante Entwicklung gefunden. Schwierig würde ich es nicht, nein, nein. Und ich denke, natürlich bin ich jetzt schon einige Jahre in der Praxis und trotzdem würde ich nicht sagen, ich lerne nichts mehr dazu. Ich glaube, man lernt bei jedem Menschen, den man neu kennenlernt, der neu in die Praxis kommt, wieder dazu. Ich denke mir, in der Psychologie ist es ja ähnlich, oder? Ich kenne es auch so aus der eigenen Praxis. So, bitte machen Sie was, dass ich wieder gesund wäre, oder? Machen Sie was mit meiner Psyche, ja? Ja, und so dieses, nein, nein, es geht um das Leben von dem Menschen, der reinkommt selber. Der oder diejenige führt ihr Leben. Und so das, wo er reinkommt, ist eine Stunde, die ganze Woche hat mehr Stunden. Ganz genau. Und ich glaube, da ist es egal, ob man mit dem Körper arbeitet oder mit der Psyche. Schlussendlich ist es die Ganzheit, die den Menschen ausmacht. Ich habe da so ein bisschen auf deine Homepage reingeschaut und da ist es ja ganz interessant, da sprichst du von der Dreigeteiltheit. Ich weiß gar nicht, ob man es wirklich Geteiltheit sagen kann. Du sprichst ja da von... Ganzheitlichkeit ist natürlich ein Modewort, aber schlussendlich, die Osteopathie ist ja gar nicht so modern. Die kommt ja von 1870 herum, hat es ein amerikanischer Arzt entwickelt, der einfach schon gesagt hat, Körper, Seele, Geist müssen eine Einheit sein, nur dann kann der Körper gesund sein. Aber er hat natürlich, vielleicht sprichst du auch das an, die Osteopathie in drei Grundbereiche aufgeteilt. Zum einen das knöcherne Muskuläre, zum anderen den Organbereich und zum anderen den Kopfbereich. Wobei natürlich in der Behandlung auch häufig Emotionen daherkommen, wo ich sage, ja, es gehört auch zum Menschen und viele körperliche Traumen sind natürlich auch als Emotionen gespeichert oder auch umgekehrt. Diese erste Dreiteilung, die hat mich sehr angesprochen, weil, das hat mich so an Viktor Frankl erinnert, der hat eigentlich auch diese Bereiche mit hineingenommen. Zum einen natürlich das ganze Körperliche, er war Arzt, ja, also von dem her war ihm so dieses Körperliche nicht fremd. Und Psyche hat ja, wenn wir so zurückdenken, Freud hat das ja ganz stark, auch nochmal so diese psychischen Beweggründe des Menschen mit hereingenommen, oder? Das war ja so seines auch federführend, so mit den einzelnen Trieben des Menschen. Und Viktor Frankl, dem war es dann auch wichtig, zusätzlich noch einmal was anderes mit hineinzugeben. Und er hat das eben auch, wenn wir jetzt sagen, so Seele, wenn wir jetzt sagen, so irgendwas brauchst du dann noch was, das höher ist als wie der Mensch. Er hat das zwar ein bisschen abgrenzt jetzt von dem religiösen Hintergrund, hat er eher gesagt, okay, es braucht was, wieso der Mensch was macht. Da kommt so dieses ganze Sinnkonstrukt dann nochmal mit hinein. Warum machen wir was? Was bewegt uns im Innersten? Er hat dann auch so ein Konzept mitverbreitet, dass er sagt, so die Seele von Grunde auf kann eigentlich gar nicht krank werden. Die Osteopathie geht ja auch davon aus, dass der Körper immer Selbstheilungskräfte irgendwie hat, sie nur manchmal vielleicht nicht so gut aktivieren kann. Darum geht man ja zum Osteopathen. Und gerade diese Selbstheilungskräfte sind es ja, die man unterstützen will, die man wieder in den Fluss bringen will. Und häufig sagen meine Leute dann immer, seit ich bei ihnen bin, bin ich wieder zufriedener, fühle ich mich wieder besser, bin ich glücklicher. Wo ich sage, ja, es hat eine psychische Auswirkung, wenn man am Körper arbeitet. Wie können wir uns das eigentlich vorstellen? Ich glaube, es wird sicher einige bei den Zuhörern, Zuhörerinnen geben, die was vielleicht mit Osteopathie noch nichts zu tun gehabt haben. Da wurde es vielleicht auch dieses Wort, so vielleicht ein neues Wort ist. Wie kann der oder wie kann derjenige sich das vorstellen? Erstens einmal, mit was für Beweggründe könnte der oder diejenige zu dir kommen? Und wie schaut denn dann die Behandlung aus? Wenn man zu mir kommen kann, kann man ganz klassisch natürlich mit Wirbelsäulenbeschwerden, mit Kopfschmerzen, Schmerzen jeglicher Art im Körper, egal wo. Man kann auch einfach mit Erschöpfungszuständen kommen, wobei ich da vielleicht dann nicht die erste Adresse bin, sondern da gehört zuerst wirklich ein Psychologe, ein Psychotherapeut und meine Arbeit am Körper dann eher als Zusatztherapie. Wobei ich immer abwiege, muss ich weiterschicken oder bin ich wirklich derjenige, was allein arbeiten kann am Körper? Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Wann kann man noch kommen? Babys nach der Geburt, beziehungsweise einfach in der Kindheit immer wieder einmal zum Durchchecken. Ich sage mal, das sind so die hauptsächlichen Beweggründe, warum Leute zu mir kommen. Vielleicht bevor wir dann auf die Behandlung eingehen, wie die ausschaut oder was du dann genau machst, vielleicht spielen wir an der Stelle nochmal ein Lied ein. Ich glaube, das würde ganz gut passen. Also an dieser Stelle Mozart. Es gibt da ganz interessant Tempo Gusto. Tempo Gusto heißt, wenn ich das jetzt richtig herbringe, da haben sich einige Experten auf diesem Gebiet, unter anderem der Uwe Klimt, der eben dieser Protagonist ist, der diese Mozart-Sonate spielt, darauf geeinigt, dass sie gesagt haben, gewisse Musikstücke werden zu schnell gespielt in der heutigen Zeit. Wenn ich es jetzt richtig hinbringe, meine Damen und Herren, ansonsten bitte erkundigen Sie sich genau. Und die haben dieses Tempo Gusto-Konzept ins Leben gerufen. Das heißt so, dieses Tempo der Musik in den richtigen Bereich hinzusetzen, also die richtigen Abstufungen, die richtige Geschwindigkeit zu spielen. Und somit wird vielleicht diese Sonate in C-Dur von Mozart für den einen oder für den anderen vielleicht komisch klingen. Meine Damen und Herren, in der heutigen 27. Sendung der Sendereihe mit meinem heutigen Studiogast Karin Tschuck, Osteopathin, geht es um das Thema Eigenverantwortung und Sinn. Karin, ich glaube, du wolltest noch etwas dazu sagen. Ja, es hat mich insofern ein bisschen irritiert, weil man natürlich im osteopathischen Denken sagt, man reduziert den Menschen ja nicht auf Krankheit, nicht auf Beschwerdebilder. Deswegen, glaube ich, war ich vorhin ein bisschen perplex, wie man vermutlich auch gemerkt hat. Und jetzt habe ich noch mal ein paar Minuten Zeit gehabt zum Nachdenken. Und natürlich kommen die Leute einfach wegen sehr diffusen Schmerzen, egal, die oft gar nicht so gut benennbar sind, wo sie dann oft sagen, viele sagen schon, du spinnst ja oder du bildest dir das ein. Wo ich sage, nein, das glaube ich nicht. Sondern das, was der Mensch spürt, das ist da. Und jeder nimmt was anderes wahr und ist vielleicht auf was anderes sensibel. Beim anderen ist der Stress, beim nächsten ist irgendwie die Arbeit, was natürlich dann auch wieder Stress ist. Burnout in unserer Gesellschaft natürlich ein ganz wichtiges Thema mittlerweile. Was auch dazu passt, du hast vorhin gesagt, die Geschwindigkeit der Musik. Es ist ja auch die Geschwindigkeit unserer Gesellschaft anders geworden als, keine Ahnung, zu meiner Kindheit damals noch. Und das ist schon auch etwas, was in der Praxis immer wieder auffällt, dass das Leben oft einmal zu schnell geht für viele Menschen. Gerade die Sensibleren, die sich einfach sehr gut spüren, sagen manchmal mal, es haut mich manchmal um. Und auch mit sowas kann man zum Osteopathen gehen. Also mit sowas, dass uns zu schnell ist, dass wir irgendwie mit der Geschwindigkeit der Zeit nicht mehr mitkommen. Dass der Körper auch nicht mitkommt, Körper, Seele, Geist. Ich kenne es vom Psychologischen her, ich kenne es entweder, dass die Leute wirklich mit einem Krankheitsbild kommen und sagen, okay, das und das habe ich, hat irgendwer gesagt, ja, oder bitte diagnostizieren Sie. Oder natürlich auch das andere, wenn jemand herkommt und sagt, irgendwo ist irgendwas komisch und ich weiß aber nicht, woher das kommt. Oder eben manchmal, wenn sie aufs Bauchgefühl hören würden, wüssten sie es, aber weil der Arzt oder der Nachbar oder die, keine Ahnung, Frau, Freundin gesagt hat, das ist aber sicher das, sind die Menschen oft einmal verunsichert und glauben nicht mehr an sich selber. Und das ist mir auch ganz was Wichtiges, dass ich zu den Leuten sage, glaubt es an das, was selber spürt es. Und das ist mir auch ganz wichtig in meiner Behandlung zu fördern, eine gewisse Selbstwahrnehmung und dadurch auch wieder die Eigenverantwortung. Ja, meine Damen und Herren, da dazu passt, glaube ich, ganz gut. Die nächste Sendung im September wird sein, da wird Elfi Hofer kommen, eine Psychotherapeutin, Existenzanalytikerin und Verhaltenstherapeutin, Leiterin vom Institut der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse hier in Tirol. Und sie wird zu dem Thema eigentlich kommen, es findet ein Herbstkongress statt in Hall. Diese Überschrift von dem Herbstkongress ist, mir reicht es der Maßlosigkeit und Überforderung entgegentreten. Also da wären wir genau in diesem Bereich drinnen. Was hat denn da so die Eigenverantwortung dann zu tun? Vielleicht auch selber seine eigenen Grenzen zu erkennen und einmal sich selber Pause gönnen und Stopp sagen können. Man ist nicht immer leicht beruflich gesehen oder der Druck, der einfach vom sozialen Umfeld kommt. Aber je genauer ich mich kenne und meine Grenzen dadurch kenne, desto eher kann ich sagen, bis daher geht es mir gut und geht es für mich gut und über das hinaus passt es nicht mehr. Und wie du ja zuerst gesagt hast, dadurch, dass bei dir ja ganz, ganz viel auch mit dem Körper gearbeitet wird, wenn ich dich richtig verstehe. Wo drückt denn da der Körper, so in deiner Erfahrung als Osteopathin, Grenzen aus? Gibt es da bestimmte Bereiche, gibt es da was, wo du sagst, das ist ja ganz klassisch, so drückt der Körper die Grenzen aus? Ich finde den Körper insofern ein Wunderwerk, weil er ganz lang funktionieren kann, bevor er wirklich Stopp sagt. Wobei es natürlich viele kleinere Hilferufe gibt, die man auch ignorieren kann. Aber ganz klassisch, sage ich mal, ein Hörsturz kann auch durch Stress bedingt sein und einfach, weil man viele Warnschüsse vorher ignoriert hat. Und Leute sagen mal, ich war eh immer schon an meiner Belastungsgrenze, aber ich habe halt nicht Urlaub machen können oder einen Schritt zurück machen können und dadurch ist es so weit gekommen. Und ja, ich habe auch schon mal das Erlebnis gehabt, dass jemand gesagt hat, vor sechs Monaten habe ich einen Hörsturz gehabt, kommt nach sechs Monaten zu mir und ich frage, was haben sie denn vorher an Therapien gemacht? Ja, nix, ich habe noch keine Zeit gehabt. Wo man schon einmal da sitzt und sich denkt, aha, wie gibt es denn das? Weil wenn einmal der Körper so reagiert, was muss er denn noch machen, dass jemand sagt, jetzt muss ich was tun? Und das gehört eben für mich auch ganz klassisch zur Eigenverantwortung, dass ich dann sage, okay, und jetzt muss ich mir Hilfe holen. Denn selber kann ich es nicht mehr schaffen und es ist ja nichts Schlimmes zu sagen, jetzt gehe ich zu einem Therapeuten oder zu einem Arzt, der mir helfen kann. Für das sind wir ja mehrere Menschen auf der Welt und nicht ganz allein. Ja, interessant, dass dann aber nach diesem halben Jahr doch irgendwie gegangen ist. So, irgendwo scheint es ja dann doch diese Stopp geben zu haben, oder? Oder der Leidensdruck war dann einfach so hoch, dass dann wirklich die Grenze überschritten worden ist, dass jemand gesagt hat, das schaffe ich nur allein. Ich glaube, es war eher das. Ist es meistens so, dass der Leidensdruck bei den Personen, die was zu dir kommen, dermaßen hoch ist? Es ist unterschiedlich, würde ich sagen. Es gibt schon natürlich 50-50, die eine Hälfte, die kommt, weil sie sagen, es geht gar nicht mehr. Weil sie sind ja an ihrer Grenze oder vielleicht schon ein bisschen drüber. Und ich habe mittlerweile aber auch ganz, ganz viele Leute, die schon vorher kommen, die einfach sagen, ich weiß, das tut mir gut. Ich mache das vorsorglich, ich mache das für mich. Ich will gut zu mir sein, gut zu meinem Körper sein. Und also das finde ich mittlerweile einfach auch schön, weil das sind oft so Leute, die schon öfter bei mir waren, wo ich weiß, okay, da habe ich schon. Also ich und sie, da haben wir schon ganz viel erreicht in Bezug auf Eigenverantwortung, vorher hingehen, bevor der Hut brennt. Wie kann man sich denn das dann vorstellen? Jetzt kommt jemand her, so in Eigenverantwortung, vielleicht bevor der Hut brennt, so im besten Sinne, wie du gerade gesagt hast, und sagt, okay, gut, ich möchte jetzt gerne dein osteopathisches Angebot nützen. Wie schaut denn da Behandlung aus? Ich sage einfach einmal, bitte eine Stunde Zeit nehmen und ja, anfangen tut es natürlich mit einem ausführlichen Erstgespräch, wo ich einfach schaue, was ist im Moment aktuell Thema. Aber natürlich auch die Frage, was hat es denn vielleicht für irgendeinen Schmerz oder für irgendwelche Sachen Auslöser geben, Auslösersituationen geben. Was ist möglicherweise auch die Schwachstelle im Körper, die sich immer wieder einmal meldet. Aber auch, wo ist denn die Stärke, wo fühlt man sich besonders wohl im Körper? Natürlich macht man das noch sehr viel ausführlicher, da haben wir jetzt gerade nicht die Zeit. Und dann gehe ich eigentlich relativ rasch zur körperlichen Untersuchung, wo ich mir zum einen die Körperstatik von jemandem anschaue, aber natürlich auch meine ganzen osteopathischen, feinen, kleinen Tests mache. Ja, und schlussendlich fasse ich für meinen Patienten zusammen, wo ich jetzt für mich den Bereich sehe, wo ich am meisten Blockaden finde oder wo ich einfach arbeiten anfangen möchte. Und ich versuche das auch immer wirklich zu verbalisieren. Mir ist es wichtig, dass der Patient weiß, was ich an ihm mache und warum ich es mache. Auch wenn das jetzt eine medizinische oder osteopathische Laie ist, ist mir es wichtig, in einfachen Worten das zu erklären. Weil es mir eben auch manchmal schon so gegangen ist, dass Leute gesagt haben, ach, machen Sie nur, Sie wissen schon, was Sie tun. Natürlich, das hoffe ich ja. Aber trotzdem ist mir wichtig, dass derjenige weiß, weil es ist sein Körper und er soll sich ja spüren oder spüren lernen. Und ich bin als Osteopathin ganz, ganz sanft. Das liegt natürlich auch daran, dass ich nach meiner sechsjährigen Grundausbildung nur einmal zusätzlich eine biodynamische Graniosakral-Ausbildung mache, beziehungsweise immer noch mache, die dauert neun Jahre und da ist einfach ganz, ganz wichtig, dieses sensible, weiche Spüren zu haben. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt, dann renke ich nicht ein und man sieht auch nicht fest herum, sondern das sind ganz, ganz sachte Berührungen, wo man aber sehr viel bewirkt, da diese sachten Berührungen ganz tief in den Körper hineingehen. Und natürlich nicht nur mit Gelenken oder mit Muskeln arbeiten, sondern auch mit Nervenbahnen, mit Lymphflüssigkeit, mit den Rückenmarken. Da komme ich nicht hin, indem ich fest drücke, sondern da muss ich eben ganz sanft und mehr hinein sinken, als hineindrücken. Jetzt weiß ich nicht, ob man sich das deswegen besser vorstellen kann. Ja, aber man hat ein bisschen eine Spur. Wohin kann es gehen? Interessant, so das, wo du sagst, diese Information, was du einfach gibst Richtung Eigenverantwortung. Jetzt angenommen, du gibst das nicht, so wie ganz am Anfang deiner Karriere, wie du ein bisschen gesagt hast, wo das weniger der Fall war, als wie jetzt, spürt man und sieht man einen Unterschied. So quasi, wenn der Mensch informiert ist, wenn er weiß, in was für Bereichen wird, wie gearbeitet, kann er sich dann mitbeteiligen? Macht es dann einen Unterschied Richtung Behandlungs- und Anführungszeichen Erfolg? Jein. Ich glaube, für viele erwachsene Menschen ist wichtig, dass sie vom Kopf her, vom Verstand her einen Anhaltspunkt kriegen. Und das, weil sie es verstehen wollen. Ich sage, es kommen auch ganz viele Babys, Kleinkinder zu mir, die ja nichts mit meiner Erklärung als solches anfangen können. Und trotzdem wirkt die Behandlung. Und bei Kindern und Babys wirkt es einfach sehr, sehr schnell. Klar, die haben auch noch nicht so viele Unfälle, Traumen, Probleme mitbekommen. Die sind einfach noch nicht so lange auf der Welt. Ich sage immer, mittlerweile, glaube ich, kann ich es meistens, hoffe ich zumindest, ganz gut abschätzen, welcher Mensch vor mir ist. Ob es jemand ist, der wirklich vom Verstand her eine Erklärung braucht, damit er sich bei mir wohlfühlen kann. Und manche brauchen das Verbale nicht. Die spüren sich mittlerweile so gut, ich erkläre es auch. Weil ich denke, ja, für das haben wir Menschen die Sprache gekriegt. Aber die brauchen es nicht so dringend wie die klassischen Kopfmenschen. Und schlussendlich ist dann auch ein bisschen ein Prozess, denke ich, dass Leute einfach so kleine Veränderungen auch schon zuordnen können und nicht nur einen Riesenschritt brauchen, dass sie sagen, ah ja, da hat sich ja was getan. Ich glaube, da passt jetzt ganz gut das nächste Lied, was wir gesagt hätten. So wie sich im Laufe der Zeit sowas ändert, wie sich so deine Arbeit verändert hat oder wie sich vielleicht dann die Menschen mit der Zeit verändern. Da hast ja du gesagt, wir würden gerne Time After Time von Cindy Lauper spielen. Genau, ganz so schönes Lied. Meine Damen und Herren, Sie hören die heutige 27. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. heutiger Studiegast hier im Studio, Karin Tschuck, Osteopathin, frühe Ergotherapeutin, Kindergärtnerin. Das ist ein ganz interessantes Thema rund um Körper, Psyche, Geist, wie wir kurz gesagt haben. Vor dem letzten Lied, Time After Time, ganz viel so Richtung Kopfmenschen und auf der anderen Seite Menschen, die was vielleicht mehr so bei ihrem Gefühl waren. Karin, du hast gesagt, du hättest da ein gutes Beispiel für uns. Ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen. ganz spontan. Das war vor einiger Zeit eine Frau bei mir. Ja, und man merkt das schon beim Erstgespräch, ob jemand eben so ein Kopfmensch ist oder ein Gefühlsmensch. Und die ist relativ skeptisch zu mir gekommen, was ich dann eigentlich immer als Herausforderung sehe, weil es natürlich ja jetzt nicht so ein ebener Weg ist wie die Gefühlsmenschen, wo ich sage, ja, der spürt ja eh, was ich mache. Da brauche ich nicht wirklich viel sagen oder brauche ich auch mein Konzept nicht verteidigen, unter Anführungszeichen. Und bei der habe ich wirklich einige Stunden das Gefühl gehabt, Madi kommt halt, weil der Arzt gesagt hat, sie soll kommen. Und weil der Arzt gesagt hat, das würde ihr gut tun. Aber ich habe irgendwie nie so das Gefühl gekriegt, sie ist selber davon überzeugt. Und natürlich, ja, kriegt man da als Therapeut schon ein bisschen einen Stress, möchte ich fast sagen, weil man natürlich gute Arbeit liefern will. Und ich mir ja auch sicher bin, dass sie mich 100 Prozent oder 200 Prozent anstrengen, damit ich eine gute Arbeit liefere. Aber wenn jemand so skeptisch ist, dann ist man ständig in Zugzwang. Und das war ganz interessant. Die Frau ist, glaube ich, das achte oder das neunte Mal gekommen. Und ich habe für mich osteopathisch gesehen, es ist ein Prozess da, es entwickelt sich was. Und jedes Mal, wenn ich sie gefragt habe, und wie geht es Ihnen? Nein, ist allem noch gleich. Und immer wieder, ja, es war einfach so ein bisschen, ja, ein Schlag aufs Ego natürlich, aufs Therapeuten-Ego. Und ich wollte ja auch nicht sagen, ich sehe das und das, weil, denke ich mir, wenn sie es nicht spürt, dann spürt sie es nicht. Und beim vorletzten Mal sagt sie dann auf einmal, mir geht es so viel besser, seit ich bei Ihnen bin. Und ich habe sie, glaube ich, angeschaut. Ja, also ich habe es zuerst gar nicht glauben können, weil ich einfach schon gar nicht mehr die Erwartung an sie gehabt habe, dass sie mir das sagen wird. An mich selber habe ich natürlich eine sehr große Erwartungshaltung gehabt, weil, ja, ich sagte, da wollte ich mich noch einmal viel, viel mehr anstrengen, als wie ich das schon sowieso tue. Aber das war für mich einfach ein ganz großes Kompliment. Und wenn man dachte, okay, sogar jemand, der sich gar nicht so gut spürt und der nicht wirklich den Zugang hat, wenn der plötzlich sagt, mir geht es so viel besser, hat mich schon sehr gefreut. Ja, keine Ahnung, aber vielleicht hat es auch was mit dieser Erwartungshaltung zu tun, wie du sagst. Indem du die Erwartungshaltung in Bezug auf sie aufgeben hast, oder? Keine Ahnung, ob es da was gemacht hat, auch mit ihr. Oder ob es einfach dieser lange Prozess war, sich eingestehen zu können, oder? Diese Frau, dass sehr wohl Veränderungen da sein dürfen. Ich denke, es wird auf beiden Seiten was sein, weil ich denke, ich als Therapeut spiegle ja den Prozess genau so und ich bin genauso wichtig, ich kann nicht sagen, nur der Patient muss es machen, sondern ich muss mich auch auf das Gebiet begeben und so offen sein. Aber natürlich, wenn ich mich selber unter Druck setze, ist es manchmal natürlich schwierig und auch Kopfmenschen, ich will denen nicht absprechen, dass sie nonverbale Dinge nicht spüren, überhaupt nicht, sondern sie spüren es genauso, aber sie können es halt vielleicht anders zuordnen. Interessant, wie du zuerst hast, so ein bisschen beschrieben hast, dein Vorgehen, da ist mir so in Erinnerung mit diesen zwei Stellen im Körper, oder? So herausarbeiten von der individuellen, persönlichen Schwachstelle und diese, jetzt weiß ich nicht, ob es diese Stärkenstelle war, also im Körper, ja, spannend. Haben wir alle sowas? Haben wir alle so quasi einen Bereich, wo wir uns schwer tun und anderen, wo wir gut sind? Also ich finde schon und, also mindestens einen, sage ich jetzt einmal, und ich finde es auch immer wieder spannend, dass ganz viele Leute sehr schnell eine Antwort finden, wenn ich sage, wo ist denn die Schwachstelle? Ja, das ist der Magen oder ja, das ist der Kopf oder die Gelenke. Und wenn ich dann sage, und wo ist der Bereich im Körper, der stark ist, wo sie sich verlassen können, der sich total gut anfühlt, dann ist es einmal Stille. Und wenn ich Kinder frage, dann kommt da viel schneller eine Antwort. Und ich frage das mittlerweile ganz bewusst, weil ich denke, unsere Gesellschaft ist einfach aufgrund ihres Leistungsdrucks so auf Schwächen ausgebaut, dass jeder sagen kann, das habe ich eine schlechte Eigenschaft und da bin ich nicht so gut und das kann ich auch nicht. Aber zu sagen, das kann ich und da bin ich gut und da ist meine Stärke, da tun wir uns einfach häufig schwerer. Eigentlich schade, gell? Eigentlich schade und genau deswegen ist das bei mir mittlerweile schon so eingebaut, dass ich das frage. Wenn man sich da irrsinnig schwer tut mit der Frage, was könnte denn da helfen, wie kommen wir denn da hin? Ich kann mir vorstellen, wenn sich einige Hörer, Hörerinnen da mit dem beschäftigen, wo ist so diese starke Stelle in uns, die ist eher vielleicht ein bisschen wegtun, naja, na, weiß ich nicht, komme ich nicht so wie. Gibt es da irgendwelche Vereinfachungen, wo wir da hinkommen, wie wir da hinkommen? Ich sage halt dann manchmal, was tut nie weh, was spüren sie nie. Weil ich denke, leider ist es ja so, dass das Kind, was leichter ziehbar ist, das wird immer ein bisschen weniger Aufmerksamkeit vielleicht kriegen, als wie das Kind, was immer Zeug auf den Boden wirft oder sich wütend auf den Boden wirft selber. Ja, und der gute Bereich oder das gute Kind fällt vielleicht ein bisschen durch den Rost. Und das war schon als Kindergärtnerin, habe ich mir immer gedacht, die Kinder, die leicht mittelaufen in einer Gruppe, die muss man genauso beachten und nicht nur darauf verlassen, weil den kann ich für das schwierigere Kind einspannen, damit der es ein bisschen besänftigt, sondern der braucht genauso seine Aufmerksamkeit wie das andere, was sich von selber holt. Ja, das passiert ja, glaube ich, recht schnell, oder? Der Bereich, was nie wehtut, da sind wir gewohnt, dass der nie wehtut und solange der Ruhe gibt, braucht man den wirklich nicht betrachten. Genau, aber genau deswegen ist es auch so wichtig, weil im Körper hängt immer alles zusammen. Und von dem her, wenn meine guten Stellen nicht funktionieren würden, dann würde mir vielleicht viel, viel mehr wehtun oder würde ich viel, viel schneller Hilfe von außen brauchen. Das heißt, das gehört auch zur Eigenverantwortung? Finde ich schon, ja. Jetzt sind wir ja leider, sage ich einmal, so wieder gegen Ende der Sendung angekommen. Meine Damen und Herren, wie Sie es gewohnt sind eigentlich, ist diese Stunde meistens zu kurz. Das heißt, wenn wir so richtig im Diskutieren sind, dann ist die Stunde schon wieder um. Ich würde mal sagen, die ist aber gar nicht einmal schlecht, weil, so wie wir ja gesagt haben, auch in der Osteopathie oder irgendwo anders findet nur ein Teil von dieser Arbeit auch in der Stunde statt und so, denke ich mir auch bei dieser Radiosendung. Diese Radiosendung kann ein bisschen ein Ansporn sein, über Themen nachzudenken. Wir können was andiskutieren und wenn Sie das eine oder andere interessiert, dann könnten Sie auch darüber weiter nachdenken. Was wäre denn da gut, Karin? So Richtung Eigenverantwortung. Gibt es da was, wo du sagst, vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, Wege zur Eigenverantwortung, keine Ahnung, gibt es so was, wo du sagst, das und das und das und das wäre gut zu machen? Da würde ich jetzt wirklich sagen, sage ich jedem Patienten was anderes, weil jeder Mensch ist individuell und ja, ich schere nicht gern jeden über den gleichen Kampf. Beim anderen ist es vielleicht, dass er einfach voll sich ausbauen soll, damit er an seine Grenze kommt und seine Grenze auch spüren kann und somit seine Eigenverantwortung findet. Und beim anderen ist eher was ruhiges, meditatives, vielleicht Yoga, vielleicht einfach nur mal in den Wald gehen und schauen, wie sich die Bäume im Wind bewegen. Wie gesagt, da finde ich, gibt es kein Grundrezept, sondern muss jeder für sich finden. Natürlich vielleicht mithilfe von mir als Therapeut, wenn er bei mir ist oder mithilfe von wem anderen. Aber ich finde, es gibt kein Grundrezept, genau das. Und dann hat man seine Eigenverantwortung. Wenn jemand bei mir in der Praxis ist, in meiner Behandlung, dann tue ich mich da leicht, weil man als Osteopath einfach spürt, was derjenige braucht. Und da kann ich dann einfach sagen. Und sie machen genau jede halbe oder jeden Tag eine halbe Stunde lang genau an den Waldspaziergang oder genau Radl fahren. Und ich weiß auch meine Patienten, denen ich das nicht sagen brauche, wo ich vielleicht ein bisschen einen Anstoß gebe und sie wissen genau, was sie tun müssen. Meine Damen und Herren, die nächste Sendung findet dann am 4. September statt, wieder von 20 bis 21 Uhr. Studiogast Elfe Hofer. Titel der Sendung wird sein Die heutige Zeit und Sinn. Und glaube ich, passt ganz gut, weil das setzt dann einiges an, wo wir jetzt auch schon waren. Ja, also von dem her ganz interessant. Karin, möchtest du am Ende dich noch verabschieden oder was anderes sagen zu den Hörerinnen? Zum einen dir, Markus, danke, dass du mich in deine Sendung eingeladen hast. Und ich hoffe, die Sendung war für einige doch interessant und dass sie viele Möglichkeiten und Ideen gekriegt haben, zum drüber nachdenken und weiter fantasieren. Ja, schön, dass du auch da warst. Danke dir. Meine Damen und Herren, wenn Sie weitere Informationen zum heutigen Studiogast einfach lesen wollen oder was nachhören wollen, gehen Sie auf www.sinn-los.at. Da ist dann der Link zur Sendung. Da finden Sie auch den Link zum heutigen Studiogast. Ja, dann wünsche ich Ihnen auf alle Fälle noch einen sinnvollen Abend. Ah ja, und vielleicht noch ganz kurz das Abschlusslied. Da haben wir uns ja darauf geeinigt. Das wäre ganz gut. Good Vibrations von den Beach Boys. Und wir müssen uns ja darauf ennietern. Untertitelung des ZDF, 2020